Moin Moin und willkommen, der Sheriff mal wieder hier und heute begrüße ich euch zu einem neuen Live-Gameplay in War Thunder. Wir spielen natürlich wieder in Simulator-Mode und heute spielen wir in der Focke-Wulf A5. Ich muss sagen, wohl mit Abstand, mein Lieblingsflugzeug aktuell hat einfach ziemlich viele Eigenschaften, die ich an einem Flugzeug schätze. Und ich denke mal, ich werde auch mal in der Zukunft ein kleines Review machen zu diesem Flugzeug und wie man es gut fliegen kann. Denn das Ding hat es wirklich in sich, macht eine Menge Spaß. Wir fliegen hier auf Norwegen, da haben ja jetzt beide Parteien endlich einen Airstart, das heißt, beide starten von Anfang an in der Luft. Und vorher war es ja immer so, die Alliierten sind in der Luft gestartet und da hatte man als Deutscher ein ziemlich schweres Leben auf der Map, da ja jetzt hier gleiche Chancen. Unglücklicherweise werde ich in der Runde hier recht früh von einem Bomber in den Öltank getroffen und war dann recht ordentlich am Qualm. Daher musste ich direkt zum Airfield zurück und mich reparieren lassen. Und ich schmeiße euch in das Live-Gameplay rein, an dem Punkt, wo ich sozusagen vom Airfield wieder zurück bin, repariert bin und wieder am Schlachtgeschehen teilnehmen kann. Mit mir fliegt der Hering und der Kurfürst, wir fliegen also zu dritt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, es geht los. Ich freue mich noch was. Unsere Boote schießt nicht ab die Insel, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ihr dran seid, aber... Ich habe das Haugen verloren. Jetzt über den Booten wieder. Oder schießt da gerade auf irgendwas? Hier, das sind unsere Boote, die schießen nach hinten. Da ist was. Mhm. Da oben. Ich höre was. Was dickes. Irgendwas dickes gerade vom durch mir her geflogen. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich habe nicht nur gehört. Warst du nicht gerade hinter mir noch? Unten bei den Booten, da war irgendwas ganz dickes. Richtig mit zwei oder so Triebwerken. Ich habe mal richtig gehört. Warte hin, gerade. Bei dir war ich gerade. Ich war gerade bei dir unter dir so ein bisschen. Bei den Booten. Unseren Booten. Ich bin gerade nichts in Secken. Habe ich nie mal gesehen, seit ich den Typen abgeschossen habe. Ich habe mich zwei oder dreimal gesehen. Ich brauche gerade irgendwas, was stark steigt. Denkrecht. Denkrecht steige ich nicht, aber ich steige sehr, sehr stark. Ja. Ich steige gerade. Achso. Okay. Das ist ja. Oh, wir haben noch so viele Gegner. Also, genug für alle da. Äh, da, Kreuzfeuer von der Flak. Sehr deutlich über die Insel. Ja. Da wird auch geschossen. Ja, da wurde doch eben noch geschossen. Wo sind die denn jetzt hin? Ja, auch nicht mehr. Da, wieder Kreuzfeuer. Da sind zwei. Ah ja, gut. Eine Split ist down. Aber da war noch einer. Ich glaube, das ist auch ein deutscher. Ja, das ist ein 109. Oioioioi, hier sind Schiffe. Das ist der Fokker Rolf. Ja, das sind beides deutsche. Anders als 109. Nee, das ist kein, das ist ein Gegner hier. Was? Ja, 109 Premium. Gut, dass das hier nicht der No-Hunt-Modus ist. Mhm. Ich freue mich schon drauf. Dann schieße ich sie ja mit Vergnügen alle ab. Treffer. Komm, geht down. Zu weit zu schießen, aber ich versuch's. Bisschen gerade. Mit 100%iger Wahrscheinlichkeit 99. Treffer. Der Störer wurde gerade von der Thunderbolt. Ablösch. Gegrittet. Donnerspit-Feuer sah aus wie eben eine... Aber gut. Ich vermute, dass irgendwas hinter dir ist, Hering. Bin ich ganz sicher. Du bist auch am... Ich bin nicht ganz sicher, ob das vielleicht coolend war, was ich gerade gesehen habe bei dir. Also, ähm... Kühlschlüssigkeit. Jetzt habe ich abgebrochen. Scheiße. Ich habe sie vor mir gegrittet gehabt. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja, ich warte... Verdächtig. Dachte doch, dass das wäre vielleicht ein Gegner hinter dir. Das war aber eine Flakwolke, aber... Ich bin dran. Hör mal, da ist noch was. Ist das ein P-47? Ich habe eine P-47 und eine Spitfire. P-47 komme ich schneller ran. Wie hinter dir Kopf ist. Ja, ich bin auch hinter dir. Davor ist die Spitfire. Irgendwo. Okay, ich versuche ran aus... Oh, ich sehe die Spitfire. Ich verfung die Spitfire weiter. Ich bin schon gekrittet, aber die kann ich immer fehlen. Ich weiß nicht, was ich gekrittet habe, aber ich habe nur was gekrittet. Ihr lagst. Schön. Wahrscheinlich. Ich muss den Motor gleich kühlen. Scheiße. Was ist die Spitfire jetzt? Ähm... Die fliegt direkt um Boote wieder. Alles klar. Ich muss den Motor kühlen. Ja, auch. Ähm... Unsere Boote schießen gerade sinkrecht in den Himmel oben. Da ist irgendwas... Ja, ich habe... Ich habe ein Coolingsystem als letztes Mal getroffen auf die Infernung. Oh, ja, da ist das, was dick ist. Also, ein Wellington, würde das wahrscheinlich sein. Save the Wallangons. Blundet. Beautiful creatures. Ich habe zu wenig Schill hier zum Schluss. Ich kann einmal den nach oben recken. Na, ich bin auch gar nicht so weit gekommen. Critical! Ich habe die Spitfire heute auch. Was hast du getroffen? Äh, ich weiß es nicht. Flügel irgendwas. Das geht auf jeden Fall runter. Ich dachte so, ich weiß nicht, so 500, 800 Meter drunter. Ich kann immer eben meine Nase nach oben recken. Einmal so tun, als ob. Ja, das ist doch irgendwas. Über A ist noch was? Ja, man sieht doch unten ganz flach. Sie haben gerade einen Brotschweißer. Wir meinen nicht. Wir meinen nicht. Wir meinen nicht. Irgendwo... Irgendjemand... Hat da Kühlprobleme? Ich bin dabei. In Norwegen ist das so unfair. Wir verlieren alle Tickets, wenn das nicht schneller geht. Ach, Quatsch, das ist ein Flugzeug. Äh, nicht... Immer noch rote Tracer da hinten. Da ist noch irgendwas. Da. Okay. Irgendwas ist ja am roten Ruhm-Tracern. Da. Ja, der schießt mit dem Ganner auf mich. Schön. Sehr geil. Ich habe mich noch beschädigt, leider ein bisschen. Nimm keiner. Ich versuche, mich noch ein bisschen zurück zu ziehen. Ach, nee, er hat mich gefragt nochmal, ob wir schon einen Partner... Ich werde zerfickt hier von irgendwas. Irgendwas hinter mir. Was ist denn das? Das ist ein Spitfire. Ich habe ein Spitfire vor mir. Ich glaube, du hast ein Spitfire hinter dir. Nee, eine PBJ war es. Wow. Niemand hat einen Spitfire hinter sich. Okay, ist keiner von euch. Oh, das ging schnell. Aber immer mal Abschlüsse gemacht, die Runde. Cool. Ein Burst. Rote Tracer da unten. Rot-blaue. Bei den Schiffen. Ja. Ah, ich habe mich aus dem Auge verloren. Nein, das sieht aber nach einer 190 aus. Nee, da sind zwei Sachen. Okay. Aber das ist ein Spit. Das ist ein Spitfire. Ich schieße doch gerade auf irgendwas. Können. Ja. Ah. Wackel doch nicht so rum, Junge. Wackel nicht so rum. Ah, Flügelspitze angetroffen, aber nichts passiert. Kein Hit. Ja. Ich gehe da. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Ah, wo ist er denn jetzt hin? Da. Ähm, direkt vor dir jetzt. Ah, scheiß Position. Nee. Lechter Winkel. Wo ist er denn jetzt? Ähm, weiter, weiter, weiter. Dreh. Ah, ja, ich seh, ich seh, ich seh. Ich seh, ich seh. Ah, schon wieder scheiß Winkel. Nee. Wenn er sich jetzt da links unten kippen lässt, dann musst du es kriegen können. Nee, der turnt halt wieder rein, glaube ich, dann. Der ist zahlt jetzt. Zahlt direkt vorne jetzt. Jetzt am Spin. Kress. Bin gerade nicht. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Links, 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 links. Da. Kacke. Ich bin zu spät. Oder? Ich habe vorbeigeballert. Nein. Oh, immerhin, der hat, den Killer hat jemand gekriegt, ich dachte, der hat's. Ja. Vielleicht macht es besser so, dass du ihn nicht noch geklaut hast. Nummer vier. Ja, und wahrscheinlich gewinne jetzt die Bomber durch, Ticket. Aua. Waffenhorn. Was ist hier? Wie viel Sprit hast du eigentlich noch, Kurvis? 25. Okay. Wie kommen wir mit 45? Drei Gegner leben noch. Ah, vor mir. Vor mir ist einer. Ja. Warum gehen wir nicht jede Runde aus hoch im Augenblick hin? Weil wir Deutsche spielen. Ah, Bomber. Ich war jetzt dabei. Das ist wieder meine Spitzendisziplin hier. Was ist das? Warte, ich bin zwei von meinen, zwei von meinen drei Abschüssen von einem Bomber. Wo denn? Boote. Oh, alles klar. Voll lenken. Sehr gut, schön gemacht. Beautiful. Und der letzte machte jetzt high. Ähm, Ticket Bleed. Ja. Er hat auch null Punkte. Noch keinen Feinkontakt gehabt, nichts. Ich mach mal eine halbe Stunde raus, dann können wir mal wieder in einen. Boote schießt hinter mir hoch. Moment mal, was ist das, was das hinter mir ist? Noch 109, oder? Moment mal, das ist doch... Oh mein Gott. Nee, es ist noch 109. Irgendwas hat hier geschossen. Irgendwas sind hier, sind Flakwolken. Hier ist was los. Hier ist der Splitfire bei mir. Direkt bei mir. Hier ist er. Bei A, oder wo seid ihr da? Sehe ich irgendwie einen Punkt. Ja, ja, wo sind wir? Oh, er ist nicht ins Bindgeraden. Ja, ja, da ist er. Gleich hinter ihm. Das Bit. Oh nein, jetzt tönt er. Ah, verdammt, er hat zwei von uns ausgetönt jetzt. Ah, ja. Kollege, das ist mein Hack. Ui. Wer ist denn der links da? Wer ist das? Links, rechts? Rechts sieht so ein bisschen, das sieht nicht am Split aus. Der, der Mitte ganz viel turnt. Keine Ahnung, schuldig zu sagen. Ich sehe ihn. Ja. Sehe ich mehr. Da, doch da. Nein. Hä? Oh, weh. Ich sehe schon, wie wir alle crashen durch. Ich liebe die Kennen von dem Ding. Ich liebe dieses Flugzeug. Das ist mein Lieblingsflugzeug bisher. Das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es das getan hat, lasst doch ein Like da. Wenn noch nicht geschehen, Abo. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.